Was ist meine Freude und eine Ehre, heute hier sprechen zu dürfen? Es ist natürlich relativ kurz. Man kann Themen nur anreißen. Vielleicht kann ich doch dem einen oder anderen ein paar positive Aspekte mitgeben auf dem Weg. Das würde ich mir wünschen. Zu meiner Person. Ich bin ein Jahrgang 1963, glücklich verheiratet, Vater dreier erwachsener Kinder, Großvater mit Stolz und wir betreiben zu Hause die Landwirtschaft gemeinsam. Meine Frau und ich gehen auch nebenbei einer anderen Tätigkeit nach. Das heißt, wir haben sozusagen einen Zuerwerb. Wo fängt man am besten an? Die Wurzeln von heute sind der Humus von morgen, ist so mein Thema heute. Wir haben in der Landwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten durch die Technisierung in den 50er, 60er und 70er Jahren sehr viel an Energie zum Umsetzen dazubekommen, haben aber übersehen, dass das nicht der natürliche Aufbau des Bodens ist. Der Boden will durchwurzelt sein und beschattet sein. Wir versuchen deshalb, ein System immer grün zu fahren, mal recht und mal schlecht. Und darauf möchte ich heute eingehen. Ja, wir sind in Niederösterreich zu Hause, im Norden, so eher an der tschechischen Grenze. Im Hornerbecken ist ein Trockengebiet. Philos und biologisch sind seit längerer Zeit, habe ich schon erwähnt. Ja, wir haben uns auf die Fahnen geheftet. Wir betreiben Gesundheitsschutz, Wasserschutz, Klimaschutz, Bodenschutz während der Produktion biologischer Lebensmittel. Ist nicht immer ganz einfach, aber wenn man daran trainiert, kann man vieles erreichen. Es ist so, wie wenn man eine neue Sprache lernt. Wir produzieren Speisekartoffel, Getreide, Raps, Hanf, Leguminosen, Hirse, teilweise auch Mais und ab nächstes Jahr höchstwahrscheinlich Öllein. Verschiedene Düngemittel sind hier angeführt. Das möchte ich nur deswegen, ich komme später nochmal auf diese Themen, weil das speziell in der Biolandwirtschaft eigentlich verpönt ist oder war. Und wir haben uns anfangs auch eigentlich gewehrt, um wieder mit den Düngerstreuer auszufahren und mit diesen Granulaten. Aber heute sind wir halt unterwegs mit Düngern, die die Natur so bietet. Ja, hier kommen wir zu einem Feldstück. Das erste war vom Humusaufbauprojekt. Wir sind Mitglied bei der Öko-Region Keindorf und es ist kein Witz, es gibt Firmen, die schreiben sich auf ihre Fahnen, wir produzieren klimaneutral, die können Mitglied werden bei der Öko-Region Keindorf. Uh, da hinten geht es runter. Und die müssen zuerst alles erfüllen, was man technisch so kann, damit man kein CO2 ausstoßt. Alles, was dann nicht mehr regulierbar ist, können Sie sich Zertifikate kaufen bei der Öko-Region Keindorf. 40 Euro für die Tonne. Wir Bauern bekommen davon 30 Euro pro Tonne ausbezahlt. Die Probenahme erfolgt durch einen beidigten Sachverständigen, der, ich bin nicht dabei. Und das war das erste Projekt auf unserem Pulger Wegacker, Beginn 2011, Ende 2016, mit rund 0,5 Prozent in fünf Jahren. Das ist in etwa die zehnfache Geschwindigkeit, die uns vor 20 Jahren noch prognostiziert wurde. Und wir sind natürlich glücklich, dass es gelungen ist. Und was mir wichtig ist auf der Folie, und jetzt bräuchte ich eigentlich noch kurz mal den Pointer. Danke. Hier. Jedes Jahr mit Untersaat. Weizen, Roggen, Mais, Soja, Dinkel, alles mit Untersaat. Die Untersaaten bleiben dann in den meisten Fällen auch nach der Getreide, nach der Ernte stehen. Beim Mais eventuell auch bis ins Frühjahr. Das Stroh liegt dann an der Oberfläche. Ja, zur eigentlichen Arbeit gehören, dass wir wichtige Werkzeuge brauchen, die man in der Landwirtschaft oft vergessen hat. Das ist der Spaten und die Sonde. Es ist zwingend notwendig, den Boden permanent zu kontrollieren. Man merkt sonst nicht die Fortschritte. Und eine gute Krümmelstruktur ist die Voraussetzung für gesunde Pflanzen und für guten Ertrag. Man kann anhand einer Spatenprobe überwiegend ablesen, wohin die Richtung geht, ob es besser wird, ob es schlechter wird und vor allem, in welcher Ertragsfähigkeit ist der Boden momentan. Eine Faustregel von einem Kollegen von mir, der mehr Mais baut, in der Steiermark zu Hause ist, der sagt, wenn ich reinsteche und ich habe von oben runter mal 15, also er hat auch mehr Niederschlag wie wir und auch einen anderen Boden. Aber nur damit man sich ein Gefühl dafür machen kann, wenn man reinsticht und man hat 15 Zentimeter bestkrümelige Erde, runde Krümel und so wie wir es gern hätten, dann geht er davon aus, dass das 15 Tonnen Mais sind. So in die Richtung können wir denken. Wir haben als Bauern vergessen, den Boden zu beobachten. Darauf möchte ich hinweisen. Gräser sind wahre Alleskönner. Wenn wir uns ein Bild vor Augen malen, wo wir an eine Baugrube denken, die ausgehoben wird und dann wird ein Erdhaufen neben der Baustelle angelegt und der Erdhaufen wird mal über ein paar Jahre da liegen gelassen. Dann kommen die Reparaturpflanzen, die Pionierpflanzen, das ist Melde, Kamille, Amaranth, Hirse, Ampfer und so weiter. Alles mit groben Wurzeln, groben Stängeln, die haben keine Mykorrhiza, das sind Pionierpflanzen, die den Boden aufbereiten. Die nächste Phase ist dann die Grasphase. Nach zwei bis vier Jahren ist dieser Hügel, ohne dass man ihn abmeht oder abbeerntet oder sonst irgendetwas tut, wachsen über 80% Gräser, Kräuter, Leguminosen und Kreuzblüter. Aus diesem Kontext heraus kann man schon abschätzen, wohin man sich bewegt, wenn man permanent sich ärgert mit Amaranth, Melde, Hirse und Kamille und so weiter. Dort fehlt einfach die permanente Durchwurzelung und die schaffen wir gut über die Gräser. Da gibt es ja, Christoph Felgentreu wird heute noch kommen, gibt es ja eine hervorragende Züchtung auch von unter anderem von der DSV mit diesen wurzeldominanten Untersaggräser, die auch nicht hoch werden. Wir müssen in diesem Zusammenhang eher an einen Fußballrasen denken als einen Futtergras. Die Kollegen, die mit der Tierhaltung arbeiten und Futtergräser verwenden, müssen sich dessen bewusst sein, dass die Züchtung von weniger Wurzel zu mehr oberirdischen Ertrag gegangen ist. Dort kommen die Mengen her, die wir heute füttern. Und dementsprechend schlecht ist oft auch die Bodenstruktur nach einem Wechselgrönland. Gräser sind meiner Meinung nach ein Schlüssel für den Bodenaufbau. Hier ein Bild von unserem Sandhaufen neben der Baustelle. Nach einiger Zeit Ruhe vom Sand. Das ist kein jetzt gezüchtetes Gras, das ist, woher es gekommen ist, weiß ich nicht. Es stand einfach da. Ich habe mal gedacht, ziehst du mal an. Na sieh da, was hängt da drauf und da ist noch vieles davon abgerissen. Das ist Betonsand. Also dann habe ich es ausgeschüttelt und jetzt vergleichen wir bitte mal die Wurzelmasse mit der Blattmasse. So soll es im Boden aussehen. Wenn ich den Boden blank mache, teilweise auch, wenn viel Masse da ist und vor allem, wenn Gräser dabei sind, teilweise mit der Bodenfräse. Und ich fahre drüber und bleibe stehen und die Fräse räumt diese Oberfläche an der Stelle, wo ich stehen bleibe, frei. Gehe runter vom Schlepper und schaue hinter der Fräse. Das war mir vorher nicht so bekannt. Aber dann hast du oft den Eindruck, wo ist meine Erde hingekommen? Ich sehe nur Wurzeln. Und so sollte es eigentlich sein, über längere Zeiträume. Dann können wir über die Photosynthese Kohlenstoff im Boden einlagern. Gut, die Vorteile sind bei Schrimm. Ja, unsere Großväter und Urgroßväter bis vor 50, 60, 70 Jahren hatten ja alle noch das Pferd und den Ochsen im Gespann und hatten deswegen auch circa ein Drittel der Fläche, teilweise auch mehr, zur Verfügung für die Produktion von Energie, für Zugkraft. Diese Gemenge haben die Böden noch gesund gehalten und sie waren auch über den Winter und über den Sommer begründet und durchwurzelt. Das ist uns verloren gegangen mit verschiedenen anderen Früchten wie Mais und dergleichen. Und dann haben wir noch dazu mit Mais den Fehler gemacht, dass der Boden ja über lange Zeiten offen ist. Oft sogar schon über den Winter rüber und dann eigentlich bis in den Juni hinein offener Boden. Das dekgradiert den Boden derart, dass man sich auch dementsprechend mit Krankheiten und Schädlingen später befassen muss. Zur Erinnerung nur, was es früher so gab, da liegt mein Taschenmesser dabei, das hat 9 cm, dieser rote Griff. Auch die Ecke hier, hier hängt wieder das Taschenmesser. Also die Bodenbearbeitung war damals noch ein anderes Thema als heute. Und man ging auf viel mehr über den Boden und von daher bekommt man auch viel besser ein Gespür für den Boden. Wie weich ist er, wie elastisch ist er, wie hart sind die Schrollen, die drauf liegen, lassen sie sich zerdrücken. Wie tief sinke ich ein, was sagt mir der Boden? Der Geruch gehört genauso dazu. Heute brechen wir diese winterharten Begrünungen und immer wenn viel organische Masse, also wir verwenden die Fräse ja, das möchte ich klarstellen, immer nur auf grünen Beständen. Wenn ein Boden grün ist, egal ob eine Begrünung, die jetzt zu hoch ist oder ein Gras im Frühjahr oder ein Wickrocken oder ähnliches und ich möchte das in den Boden einbringen. Wenn der Boden lebendig durchwurzelt ist, dann verwende ich die Fräse, die hat 1906 Howard erfunden und zum Umbrechen von Schafweiden. Genauso wie er den Parallockerer damals erfunden hat und er hat in vielerlei Hinsicht auch recht gehabt, nur die Geräte wurden dann oft missbräuchlich verwendet. Die Fräse kam in den 70er und 80er Jahren oft im Kartoffelbau zum Einsatz, wo sie den Boden eigentlich nur zerstört hat, aber nichts gut gemacht. Also eine Fräse ist nur einzusetzen auf Boden, der lebendig begrünt ist. Und wenn wir hier diese Markierung von dem Pfeil sehen, in dem Winkel hier, circa in dem Winkel, sticht etwas steiler noch, sticht die Fräse in den Boden ein. Und wenn man die Rotorgeschwindigkeit und die Fahrgeschwindigkeit anpasst, dann zieht die Fräse auch nicht durch den Boden durch, sondern sie schlägt rein und reißt wieder so eine kleine Schole raus. Und dementsprechend hat man doch auch keinen Schmierhorizont, was da der Fräse oft nachgesagt wird. Und ein anderes Zeichen ist noch, dass die Rückseite der Fräswand, da muss Erde haften, dann schmiert sie nicht. Genau, das ist hier ein paar Erzsiegeln von unserem Hinterausacker im Juni 2015 und im Februar 2016. Da liegen sieben Monate und sieben Tage dazwischen. Rechts sieht man noch eine, ja, im unteren Bereich, an dem rechten Erdwürfel sieht man noch im unteren Bereich eine helle Stelle. Das ist nach sieben Monaten bereits weg. Das war das erste Mal so das große Aha für mich. Okay, es kann auch schnell gehen, wenn vieles gut geht. Und dann noch ein Ausschnitt aus diesem Bereich. Nämlich hier mit Gründüngung, bitte weiter, mit Gründüngung und ohne Gründüngung, Entschuldigung, nicht Gründüngung, mit Kompostee und Kalzium gespritzt im Jugendstadium vom Raps. Wir haben seit 2015 auch Raps als Hauptfrucht in der Fruchtfolge als Biobauern und wir haben gleich als Antwort, die Frage kommt sowieso, wir haben keine Probleme mit Krankheiten und Schädlingen. Wir kümmern uns dafür mehr um den Boden. Nächste. Genau, hier sieht man jetzt einen Unterschied in der Krümmelstruktur, gemessen auf circa 20 bis 25 Zentimeter Tiefe. Links ohne Plattenung, rechts mit Plattenung. Je lebendiger wir die Pflanzen machen und erhalten, umso lebendiger wird der Boden durchwurzelt. Umso mehr Bakterien und Pilze bilden sich, umso mehr Hohlräume haben wir. Umso besser wird die Struktur. Raps ist da ohnehin eine gewisse Pionierpflanze. Allerdings, wir sehen Raps auch nicht in Monokultur, sondern mit mindestens zwölf Mischungspartner, die dann über den Winter abfrieren. Und dann hat der Raps eben die volle Fahrt. Genauso sieht die Seemischung aus im Haupttank. Also das ist elementarer Schwefel, das sind diese runden, hellen Körner. Dann Ackerbohne, Gräser, Hafer, Leindotter, Faselia, Öllein und viele, viele andere. Ich habe hier einen Teil davon eingeblendet, rechts. Und so sieht er dann aus, wenn er aufgeht. Und ich werde immer wieder mal gefragt, der Raps ist, warum da kein Unkraut drinnen steht. Und das liegt nicht nur an der Mischung, das liegt auch daran, dass wir die Bodenbearbeitung darauf eingestellt haben. So wenig wie möglich, so viel wie unbedingt nötig und im Zweifelsfall einmal weniger drüber fahren, statt einmal mehr. Dann ungefähr in dem Stadium fahren wir mit Komposte und Calcium das erste Mal. Bei uns ist es auch fast immer ein Kilogramm Bohrsäure dabei mit 17,4 Prozent Bohr, weil wir vom Ausgangsmaterial her eben Bohrschwach versorgt sind und einen Calciumüberhang haben. Und von daher wird das Bohr auch vom Calcium verdrängt. Deswegen geben wir auch über das Blatt was mit. Übrigens Raps und der Großteil, von dem ich hier spreche, ist ja von Dietmar Neser. Das habe ich bei ihm gelernt. Raps und Mais sind zwei Kulturen, die mit zunehmender Wuchshöhe und zunehmender Masse zunehmend auch Bohr brauchen. Und deswegen kann man dort mit der Spritze sehr gut mithelfen, weil es ja dann auch rasch wirkt. Ich habe ja auch reingeschrieben, Beikräuter lassen auf sich warten. Das hat sehr viel mit Bodenbearbeitung und Ruhephasen zu tun. Ich bin selbst immer wieder ganz beeindruckt nach 26 Jahren biologischer Landwirtschaft und davon eher 20 Jahre mit Mittel bis Viel, also wenig Mittel und viel Unkräutern auf den Feldern. Sehen wir jetzt so weit, dass man die meisten der Felder nicht mehr von konventionellen Flächen auseinanderhalten kann, rein optisch. Gut, so sieht das dann später aus. Viele Mischungspartner, die eigentlich unter dem Raps dann untergehen, je nachdem wie feucht es ist und wie warm es ist, kommen Ackerbäunen oder Öllein und so mehr zur Geltung oder werden vom Raps ohnehin verdrängt. Es geht dabei hauptsächlich nur um die Symbiose im Wurzelbereich. In der Mischung fühlen sich die Pflanzen wohl. Genau, der Raps dann im Frühjahr, da gehen wir einfach drüber, sonst läuft mir die Zeit davon. Das ist der Raps bei der Ernte hier in einem Jahr, wo das war jetzt die Ernte 2000, Moment, im Burgerweg, 2018. Hier sieht man die Untersaat gut. Es ist schön grün darunter. In manchen Fällen kann es sein, dass die Untersaat, wenn schon wochenlang vor der Ernte kein Niederschlag war und es recht heiß ist, dann kommt es auch vor, dass man bei der Ernte meint, es ist kaum was da, ich breche es um. Die Untersaat ist nicht gelungen. Man muss dann schon genau hinschauen, die Pflanzen sind zart und teilweise auch schon an den Spitzen braun und es sind wenige vorhanden. Wenn man das dann stehen lässt und es geht mal ein halbwegs vernünftiges Gewitter drüber oder ein Landregen, dann ist zwei Wochen später auch schon wieder alles grün. Der Ausfallraps geht im Gras auf, da braucht es keine eigene Regulierung und das Gras beschützt den Boden über den Sommer vor der Hitze durch die Sonne. und kann das Bodenleben ernähren über den Sommer. Hier sind wir bei der Kartoffelproduktion. Die Vorbereitung ist relativ unspektakulär. Wir gehen grün über den Winter, meistens mit so Mischungen wie Solarigol oder Petasolar, wo auch Kreuzblüter drinnen sind. Eine Überfahrt mit der Fräse, eine Überfahrt mit der Gruppe und das ist Saatbett fertig. Dann kommt der Lohnunternehmer, der legt die Kartoffel. Das ist jetzt die Winterbegrünung, die auch geerntet wird. Das ist sozusagen die Zwischenfrucht. Die wird gehäckselt und auf die Kartoffel draufgestreut. Hier sieht man schon links die Kartoffeldämme. Also wir versuchen da arantiert zu arbeiten. Und rechts den Wigrocken mit Inkanatklee, mit Winterraps, mit Winterrübsen, Faselia, Leindotter. Also eine bunte Mischung aus Gräser, Getreide, Kreuzblüter und Leguminosen. Hier sieht man dann die Ausbringtechnik. Ein Lohnunternehmer kommt mit seinem Häcksler. Wir hexeln das auf einen Kompoststreuer. Die gibt es beim Maschinenring bei uns zum Ausleihen. Und ja, darunter sieht man dann die Pflanzen, wie sie sich wohlfühlen und keine Verfärbungen in diesem Mulchmaterial. Und hier schon die erste Spritzung ist eigentlich schon eher ein späterer Zeitpunkt. Vielleicht ist es auch die zweite Spritzung. Das Bild war halt auf diesem Acker dabei. Am Feldende kommt oftmal auch weniger hin, wenn man zu wenig Mulch hat. Aber meine Devise ist, lieber weniger Mulch als gar keinen. Und die Frage kommt sowieso, wie machen wir die Unkrautregulierung. Am besten funktioniert es, wenn man die Kartoffel später legt. Also Richtung Mai reinschauen. Und dann ist Ende Mai, in der letzten Maiwoche, ist der Roggen fertig. Das heißt, er hat geblüht oder ist in der abgehenden Blüte. Und dann ist er doch eher kohlenstoffreich und verrottet nicht so schnell. Dann versuchen wir, den Roggen so auf 5 bis 7 Zentimeter zu häckseln und den drüber zu streuen. Und dann kommen auch keine Samenkräuter mehr. Und die Wurzel und Kräuter sind sowieso ein ganz anderes Thema. Ja, eine Feldbegehung mit Dietmann Eser. Hier sieht man die Farbe vom Mulch, von der Erde, die Krümelstruktur und die Blätter. Obwohl ich über den Winter nicht das Gefühl hatte, dass das heuer so gut ausgeht, war es dann ein ganz toller Erfolg. Also wir verwenden ja auch bei der Bodenbearbeitung und bei der Legetechnik sprühen wir EM ein. Und ich glaube, das hilft da auch mit. Ja, 2009, das erste Mal so richtig entdeckt. Pflanzen, die gesund sind, werden nicht von Schädlingen befallen. Pflanzen, die Stress haben, schon. Hier die Fahrgasse. In der Fahrgasse natürlich, die großen Schlepper haben breite Räder. Und dann zwei Dämme unten drinnen unter dem Traktor ist ziemlich knappes Spiel mit den Rädern vom Schlepper. Die Streuer sind ohnehin etwas weiter. Das ist nicht das Problem. Aber dann schaut man mal zurück, ob alles funktioniert. Und vorne hat man nicht die Spur, sondern fährt schon ein wenig auf dem Damm. Und dann wird der Damm eingedrückt. Die Kartoffel haben Stress. Gestresste Pflanzen sind ein willkommenes Fressen für die Kartoffelkäfer. Hier alles belaubt, die Nachbarreihe belaubt, der ganze Bestand belaubt. Bitte weiter etwas näher. Hier sieht man dann, wo der Traktor wieder seine Spur gefunden hat. Und von da weg ist auch das Laub wieder drauf. War natürlich so ein Highlight für mich. Okay, es funktioniert. Die Natur kann sich selber regulieren. Die Schädlinge greifen nicht ein. Wenn du, und später kam dann sowieso von Dietmar Neser die Aussage, dass die sogenannten Schädlinge ja die gesunden Pflanzen gar nicht sehen. Also die haben ja andere Orientierungssinne als wir. Die können sie gar nicht wahrnehmen. Ein gesunder Bestand sollte nicht nur als Kartoffelbestand, sondern auch als Getreide und andere Pflanzen, wenn die Sonne scheint, auch glänzen. Wenn die Blätter an der Oberfläche glänzen in der Sonne, dann bin ich zufrieden. Alles andere ist noch eher eine Vorstufe davon. Ja, hier sieht man neben der Fahrgasse ein paar Tisteln. Und die Tistel ist massiv mit Läusen befallen. Hier ganz schwarz, da oben auch. Und im Hintergrund, die Kartoffeln sind gesund. Wir drehen uns um und sehen das von der anderen Seite. Schaut euch bitte die Kartoffelblätter an und die Tisteln im Hintergrund. Und so funktioniert die Natur, wenn wir, mir gelingt das auch nicht jedes Jahr gleich gut, aber so funktioniert die Natur, wenn wir sie verstanden haben und sie pflegen. Wir müssen ohnehin als Bauern rauskommen aus dem Kampf mit dem Boden und mit den Pflanzen und mit den Schädlingen. Wir müssen lernen zu pflegen. Den Boden zu pflegen, die Bestände zu pflegen. Über das Pflegen hat man gesunde, widerstandskräftige Pflanzen, die keiner Schädlinge bedürfen. Und ich komme später nochmal zu dem Thema. Ja, bei der Ernte dann im Herbst. Gut, jetzt sind wir auf den Flächen, wo vorher der Wickrocken stand, den wir weggehäckselt haben. Das heißt, wir sind nochmal drei Monate, vier Monate zurückgegangen. Hier stehen jetzt die Kartoffeln und hier wurde nach dem Wickrocken noch Hirse gesät. Wenn genügend Niederschlag ist, ist das ein Top-Ertrag noch. Da geht auch noch Soja, dreifach Null, vierfach Null in unserer Höhenlage oder Buchweizen oder Blatterbsen. Aber es geht auf jeden Fall noch eine zweite Frucht sich aus, wenn Niederschlag kommt. Bei uns ist es ja so, dass dann oft kein Niederschlag kommt, vor allem im Juni und Juli. Und dann sind wir jetzt dazu übergegangen, diese Bestände nicht mehr umzubrechen, sondern wir lassen es in diesem Weidelgras stehen. Wenn dann noch Niederschlag kommt, dann können wir noch ein paar Silopallen produzieren und verkaufen. Die Hirse Saattechnik, komme ich später noch dazu, ist eine Grupper-Sämaschine, Eko-Tönn von Friedrich Wenz, mit der ich auch seit 2004 schaue. Sehen Sie mich noch? Ich nicht. Okay, danke. Funktioniert es? Ja, ich glaube, hier hat es. Ja, hier auch die Spritze mit Komposte, Calcium, Bohr. Das ist so bei uns die Standortanwendung. Das Calcium möchte ich jetzt näher drauf eingehen. Nämlich, wir bearbeiten den Boden auf, also eigentlich meistens nur einmal im Jahr, wird blanker Tisch gemacht. Und dann wird alles runtergefahren auf Null und dann kommt eine Hauptfrucht. So zwei bis vier Wochen vor der Aussaat eine Hauptfrucht. Und dann hat man die Bakterien, Pilze und anderen Bodenlebewesen auch massiv gestört. Und die Bakterien und Pilze sind aber auch wieder dazu da, um die Pflanzen mit Calcium zu versorgen, die im Jugendstadium, so wie die kleinen Kinder und die kleinen Kälber und so weiter, viel Calcium brauchen. Nachdem aber Bakterien und Pilze sich erst aufbauen müssen, brauchen die Pflanzen Hilfe von oben und deswegen spritzen wir so zwei bis drei Kilo spritzbaren Kalk. Das ist ganz, ganz fein und bleibt auch relativ gut in Schwebe in der Technik. Und damit haben wir sehr gute Erfolge. Gut, ja, dann kann es mal passieren, bei Hirse, so wie hier, dass nicht alles gleich aufläuft, weil es einfach alte Spuren waren, grobe Strukturen und so weiter. Und trotzdem, siehe da, auch wenn es dann weiter reingeht, ja, es steht Hirse und sonst nichts. Ist bis vor zwei Jahren, also für mich auch kaum denkbar gewesen, aber wenn der Boden im Gleichgewicht ist und da spielen meiner Meinung nach die Pilze eine sehr große Rolle, dann braucht es dieser Pionierpflanzen nicht. Wenn dann die Kräuter mal mitwachsen wollen, das ist jetzt aus diesem Acker, wo wir dann Wigrocken weggeführt haben, im Sommer 2016, dann können wir die Hirse fördern, auch mit Komposte, Calcium und Bohr. Entgegen die Wildkräuter leben ja aus einem ganz anderen Nährstoffaneignungsvermögen als die Kulturpflanzen. Und Wildkräuter haben ja auch eine andere Aufgabe. Sie schützen den Boden und führen ihn wieder in eine Fruchtbarkeit über. Und wenn die Wildkräuter wild werden, dann kann man sie besänftigen, indem man auch wieder Komposte spritzt mit Calcium und Bohr, weil viele der Wildkräuter sind ja dazu da, um den Boden vor Auswaschung zu verhindern. Zum Beispiel wie hier, stärker auftretend, Melde und Ackerbinde. Und wenn man dann Calcium von oben gibt und diese vitalisierende Wirkung über den Komposte, dann hilft das den Kulturpflanzen. Aber die Wildkräuter haben eher so die Information gekommen, hallo, meine Arbeit ist schon fast erledigt, ich brauche mich nicht mehr beeilen. Es ist alles gut. So, mir läuft die Zeit davon. Wieder ein anderer Bestand. Zwischen den Reihen steht nichts, außer die Untersaat. Das macht dann schon ziemlich Freude. Wir verwenden nicht nur den Komposte, wir bereiten auch das Wasser zum Spritzen auf. Das ist ein 4000 Liter Weintank, ein ehemaliger. Da sitzt so eine kleine Luftpumpe oben und die Luftpumpe, diese Schläuche gehen da hier in die Rohre rein, die Rohre gehen unten zusammen, da kommt unten das Wasser raus und dadurch, dass die Schläuche in den Rohren ziemlich tief runtergehen und da unten die Luft rauskommt, beim Aufsteigen der Luft zieht es Wasser mit und das Wasser fällt wieder in den Bottich und durch die Drehrichtung, das lassen wir dann so im kaltes Wasser zwei, drei Tage laufen, bei diesen rund 4000 Liter ist mit einem Tag zu wenig. Aber das macht gute Wirkung und das Interessante und Faszinierende für mich ist immer, wenn man dieses Wasser umfüllt in einen IPC-Container oder sonst wohin, man lässt das dann bei einem Auslauf raus, bei so einem Hahn, dann kommt das Wasser in dieser Drehrichtung raus, wie man es vorher behandelt hat und das zeigt mir auch, dass Wasser die Information trägt, genauso wie in unserem Körper. Gut, das ist dann die Hirse ein paar Wochen später, die wir vorher gesehen haben und bei der Ernte 2016, das war von heuer, allgemeine Grundsätze, Bodenaufbau kann schnell gehen, aber Bodenabbau auch, habe ich schon gesagt, bitte weiter, genau. Steht ja ohnehin dann im Netz. Wurde so gesagt. Ja, mit dem Unterboden befassen wir uns mittlerweile auch mehr. Das ist wieder so ein Hinweis, wie es gehen kann. Wir sehen links einen Spattenstich, den ich eigentlich mit Brachialgewalt entnommen habe, aus einer Luzernefläche, die ohne Gräser gesät wurde. Man sieht auch die Struktur des Bodens und vielen Futterbau-Kollegen geht es dann so. Man kommt aus dem Futterbau und hätte eigentlich einen tragreichen Boden. Die Energie wäre da, der Stickstoff ist da, aber die Struktur fehlt und dann haben wir kranke Pflanzen. Es kommt nichts darüber hinweg. Wenn wir jetzt weitergehen, Entschuldigung, einmal noch zurück, dann sieht man diesen Unterschied in 13 Monaten von dem einen Spattenstich zum anderen und das ist derselbe Acker, nahezu an derselben Stelle und ein bisschen unfair ist das Bild. Das linke ist im Schatten gemacht, das rechte in der Sonne, aber man kann auch trotzdem erahnen, dass da ein massiver Unterschied ist im Bodengefüge und ich möchte euch damit nur Mut machen. Es kann auch schnell gehen, wenn wir die richtigen Schritte setzen und auch mir gelingt das nicht immer, aber der Versuch ist es wert. Genau, Bodentemperatur spielt für mich eine wesentliche Rolle. Das ist bei der Herbstassat, Oberfläche 12 Grad, in Saattiefe 15 Grad, weil es ja unten noch wärmer ist von den Vortagen. Ein Bild oben rechts von der Zeit vor der regenerativen Landwirtschaft, das kann schon mal passieren als Biobower. Ein paar Jahre später sind die unteren Bilder dann aufgenommen und Dietmar Neser, der hier aus dem Dinkel so schön rauslacht, war ja bei mir auch mehrmals am Hof und an dieser Stelle möchte ich auch verdeutlichen, wenn wir die regenerative Landwirtschaft breitflächig organisieren wollen, dann sollten wir uns in Arbeitsgruppen organisieren und uns immer wieder treffen. Es ist zu wenig einmal im Jahr und es ist auch zu wenig einmal im Total. Wir haben bei uns im Waldviertel eine Arbeitsgruppe gegründet, die nennt sich Waldviertler Humus Stammtisch. Wir treffen uns jedes Monat und wenn es Probleme gibt, dann werden die gleich wegdiskutiert. Also wir helfen uns da gegenseitig, aber es tut auch gut, wieder mal sein Herz auszuschütten, weil man zu Hause sowieso der Spinner alleine auf weiter Flur ist. Und da tut es ganz gut, sich mit Gleichgesinnten zu treffen. Das ist das Erste, dieser Acker vom Humusaufbau, den ich ganz am Anfang gezeigt habe. Da ist die Untersaat noch nicht gelungen. Da ist mehr Ackerwinde und sonstiges Zeug im Getreide und auch Disteln sind noch da. Das hat sich dann im Laufe der Zeit mit der Einstellung der Mineralien im Boden ganz gut erledigt und auch die Untersaaten sind von Jahr zu Jahr besser geworden. und waren nicht von Anfang an super. Gehen wir es gleich durch. Also meine Empfehlung ist, wer sich nicht um den Mineralienhaushalt im Boden kümmert, der darf nicht erwarten, dass der Boden so richtig in Form kommt. Wenn ich einen Kalziummangel habe oder einen Schwefemangel, wenn ich einen Kaliüberschuss habe, einen Stickstoffüberschuss, das ist gängige Praxis, dann darf ich nicht erwarten, dass ich den Boden in eine hohe Biologie bringe. Dort steht und fällt und da sind meiner Meinung nach die meisten und größten Fehler in der Landwirtschaft, weil sich die Bauern nicht um vernünftige Bodenuntersuchungen kümmern und nicht den Boden ausgleichen wollen. Man meint, es geht auch so. Es war bei mir seinerzeit einer der Hauptgründe, dass ich auf biologische Landwirtschaft umgestellt habe. Jetzt ist mein Bild weg. Ich hatte Bodenuntersuchungen gemacht und es war eigentlich im Argen, es waren Pachtflächen mit Wert A, also schlecht, und habe dann Ackerbohnen hingebaut und dann hatte ich 5,5 Tonnen Ackerbohnen, das ist bei uns ein Höchster Trag. Dann kam auch noch der EU-Beitritt und so weiter. Das war für mich einer der Gründe, warum ich auf Biolampen umgestellt habe, weil ich diesem Dünger Wissen, Schulwissen nicht mehr getraut habe. Das war für mich Nonsens und heute bin ich aber wieder zurück und kümmere mich für dieses Wissen aber explizit und ausführlich, weil es ganz, ganz wichtig ist, aber man muss auch die Zusammenhänge verstehen und das ist nicht so einfach, dass man nur einschickt, ein Blatt Papier zurückbekommt und das düngt. Das sind viele, viele, viele kleine Schritte, die man beherzigen muss in der Reihenfolge, in der Menge und so weiter und dazu braucht man auch gute Beratung, meiner Meinung nach. Ja, ein paar Bestände noch. So kann auch biologischer Winterweizen aussehen in einem extremen Trockenjahr. Der Weizen ist kurz, der Ertrag ist ganz gut, die Untersaat ist auch da. Aus meiner Sicht ein total gelungenes Projekt. Der Untersaatweizen geht dann, das Ausfallgetreide vom Weizen geht dann im Gras auf beim nächsten Niederschlag und im Gras auch ein. Also da braucht man keine extra Bodenbearbeitung, die macht das Gras. Kann man auch ernten, sind gute Futterpflanzen, diese Weidelgräser haben auch relativ viel Zuckerstoffe, wenn man dann Niederschlag genutzt hat in dieser Jahreszeit. Genau, Raps wieder, ebenfalls mit Untersaat. Das ist meiner Meinung nach die zweitwichtigste Variante. Also man muss schon sich um die Mineralien kümmern, aber wenn man es nicht schafft, ein System immergrün einzuführen, über den Sommergrün und über den Wintergrün, dann wird man auch keine hohe Biologie im Boden erreichen, keine stabile Krümelstruktur. Genau, die Technik sieht so aus. Wir haben an der Sämaschine ganz hinten vor dem letzten Striegel noch Prallteller, wo die Untersaat einfach ausgestreut wird und der letzte Striegel läuft dann drüber. Ja, außer deiner Begrünung in ein Stoppelfeld, sobald wie möglich nach der Ernte. Und in diesem Stoppelfeld stehen auch Gräser drinnen, nur zu dem Zeitpunkt und hier sind die kaum sichtbar. Trotzdem sind sie da und warten auf den Niederschlag. Wir fahren dann oft diagonal, weil die Mähdrescher auch das Stroh nicht so optimal verteilen. In vielen Fällen verwenden wir nach der Ernte auch das Scheibenmähwerk. Einerseits, wenn man die Gräser abschneidet, bestocken sie sich. Und andererseits, weil die Stoppeln und diese Strohgemenge viel gefügiger ist in der Saattechnik und hinterlässt auch eine gleichmäßigere Oberfläche, damit nicht die eine Pflanze durch 18 Meter Stroh durch muss und die andere nahezu an der Oberfläche liegt. Also das macht viel aus, wenn der Stroh gut gehäckselt ist und wenn ich kurz einen Stoppel habe. Okay, in dem Fall halt am Egotöhn dieser Schaden, teilweise 10er Schaden, teilweise 5er Schaden, ist auch nicht so wichtig. Ich richte mich eigentlich nur danach, wenn die Untersaat dick und fett ist, wie wir sagen, und die Kraft hätte, die jung eingesehnte Begrünung. Die Begrünung kommt ja nur rein, damit wir Vielfalt und Stickstoff in den Boden bringen. Und die Gräser sind da, um den Boden zu beschützen und zu beruhigen und einen Ausgleich zu schaffen, Kohlstoff einzulagern. Und wenn wir eine fette Untersaat haben, dann verwende ich mehr breite Schare, sprich 10 und 15 Zentimeter, teilweise auch am ersten Balken die 15er, am zweiten Balken die 5er oder umgekehrt, je nachdem, was gerade Platz hat. Und wenn wir eine schwache Untersaat haben, dann fahre ich nur mit den 5er Schaden, das ist das hier, damit man nicht so viel Boden bewegt, damit die Untersaat nicht kaputt geht nach der Saat. Ja, das ist aus diesem Feld, wo wir gerade die Sämaschine gesehen haben. Wir sehen im Hintergrund die Begrünung mit Sonnenblumen, Ackerbohnen, Faselia, Leindotter, Hafer, Schwarzafer, wie gesagt, im Normalfall Minimum 12 Mischungspartner. Man weiß mittlerweile auch, dass Begrünungen dem Bodenwasser sparen, helfen, gegenüber von offenem Boden, aber sie müssen mehr als 8 Mischungspartner sein. Gut, diese, nochmal zurück, diese Gräser bringen bis zu 18 Tonnen Wurzelmasse, Trockensubstanz pro Hektar. Im Vergleich dazu, der Roggen bringt es bis zu 7 Tonnen. Also da ist eine gewaltige Menge an Wurzeln vorhanden, die im Boden vieles erreichen kann. Später sieht die Begrünung dann so aus, da unten drin sind die Gräser. Heute sehen wir nicht mehr so dick, weil die Gräser darunter teilweise auch kaputt gehen. Zu dem möchte ich jetzt kommen. Der dichte Bestand hat so zugemacht, dass die Untersaatgräser teilweise abgestorben sind. Dort, wo die Deckfrucht, sprich die Begrünung, sich auseinandergelegt hat, weil sie dann ins Lager gegangen ist, ist das Gras teilweise und großteils übrig geblieben. Und wenn man dann in diesen Bestand rein sticht, in knapper Entfernung, hier ist kein Gras übergeblieben und da war das Gras noch da, dann schauen wir uns das nächste Bild an. Und siehe da, in einem Meter Entfernung haben wir links abgestorben eine batzige Struktur und rechts eine Krümmelstruktur. Das ist eines meiner wichtigsten Bilder aus meinem Vortrag. Wenn wir es nicht schaffen, über den Winter den Bodenaufbau mitzurealisieren, dann können wir nicht einen Bodenaufbau realisieren. Also es ist zwingend notwendig, dass über den Winter grüne Pflanzen und lebendige Wurzeln im Boden sind. So wie es die Natur vorlebt. Genau, dann sieht das bei der Ernte auch oft so aus, dass wie gesagt die Untersaggräser kaum vorhanden sind. Der Bestand, den wir jetzt gesehen haben, das ist das Feld. Nur zwei Monate später, also Moment, die Ernte war Mitte Juli und das ist hier, danke, das ist hier am 19. September. Das Stroh ist am Feld geblieben, die Stoppel habe ich kurz gemäht, es war wenig Niederschlag im Sommer, teilweise auch weit über 30 Grad. Das war alles. Und da hinten wachsen ein paar Kamillen und das war es dann schon. Und jetzt habe ich seit der Aussaat vom Winterweizen im letzten Jahr bis, also elf Monate keine Bodenbearbeitung gehabt. Aber das machen ja die Gräser, denn das Ausfallgetreide geht unter dem Gras auf und ein und die Bodenbearbeitung machen die Untersaatgräser. Wir sprühen dann auch die EMs ein oder ich sage mal selbst fermentierte, vermehrte Präparate. Das macht dann auch oft auch einen sehr guten Geruch am Stroh. Das ist mir auch so nie bekannt gewesen. Stroh hat für mich immer so nachher einen Modergeruch gehabt und jetzt fängt das an eher süßlich zu riechen. Das ist faszinierend. Und nach einem einer Überfahrt mit dem Grupper dann die Walze danach zwei Wochen vergehen und ein kleiner Regen haben wir dann den Wickrocken gesät, der die winterharte Begrünung ist und der sieht dann so aus. Also es war für mich jetzt das erste Mal mit nur einer Überfahrt im Boden unter Saattechnik und deswegen auch bei einer Begrünung. Aber man sieht schon, es ist weder Ausfallgetreide noch Gras weitergegangen in die nächste Periode und das nenne ich auch reduzierte Bodenbearbeitung obwohl ich auf 12, 15 oder 18 Zentimeter mit einem Grupper fahre der natürlich auch eine spezielle Ausstattung hat mit 8 Zentimeter breiten Schaden mit gewendelten Mischblechen für exakte Erdstromführung mit zwei Walzen hinten drauf mit einer guten Einebenungswerkzeuge da kann man dann schon relativ sicher sein, dass das meiste kaputt ist und den Rest erledigt dann zwei Wochen später die Saattechnik. Ja, also insgesamt drei Überfahrten einmal der Grupper einmal die Walze die ja auch ein sehr geringer Aufwand ist und dann die Saattechnik. Ja, ein Thema, ein paar Worte noch zum Lockern wir müssen uns auch mit dem Unterboden befassen sonst kommen wir nicht weiter und dazu gibt es ja die Sonde die dann die Wirkung zeigt und es mag zwar für manchen paradox ausschauen aber man kann auch eine Weide lockern und das macht auch Sinn denn auch Weiden verdichten Hier sieht man auch dass dieses System keine Misch Tätigkeit hat sondern nur den Boden anhebt und wieder fallen lässt und wenn man langsam genug fährt dann bringt das viele Risse im Boden also bei 10 kmh sind es nicht einmal ein Drittel der Risse im Boden gegenüber von 4 kmh Das ist eher so eine Arbeit für die Opas nicht für die Enkeln Langsam zu fahren ist eine Herausforderung Ja ein Test bei EM Kimgau an den Feldtagen Damals haben wir 100 Liter Wasser simuliert zu versickern und siehe da auf wirklich nassen Boden nach mehreren Niederschlägen ich war selbst dabei am Samstag hat es geschüttet und die Tage davor war auch so feucht dass man nicht ernten konnte der Nachbarbauer hat nur ein paar Maschinenbreiten weggeerntet damit wir da unsere Versuche fahren können und interessanter Weise trotzdem dass der Boden regennass war hat Variante mit den EM eingesprüht in 10,5 Minuten die 100 Liter aufgenommen und bei der anderen Seite waren noch über 60 Prozent da gut wieder so ein Hinweis links nicht bearbeitet Mitte gelockert rechts gelockert mit Fermente man sieht es an der Farbe dasselbe wieder mit der Wasserversickerung 66 Liter in 2 Minuten und 40 Sekunden bei Lockerung mit EM in 6 Minuten und 20 Sekunden bei Lockerung ohne EM und in 28 Minuten ohne Lockerung also das sind massive Unterschiede genau wieder so ein Fall links nicht gelockert Mitte gelockert rechts mit EM gelockert man sieht den Farbunterschied und auch die Struktur so sieht die Technik aus hinterm Schau wird eingesprüht so sieht es aus wenn wir fahren ich weiß nicht ob das jetzt läuft es wäre eigentlich ein Video wir lockern natürlich auch Begrünungen das macht Sinn denn die lebendige Wurzel stabilisiert sofort die gelockerte Erde und somit ist es auch nachhaltig lockern auf blanken Boden davon halte ich nichts viel wenn nicht sofort eine Pflanze hinkommt die die den gelockerten Bereich erschließt und stabilisiert so kann das dann aussehen gehen wir noch eins weiter ja noch eins gut jetzt sehen wir links oben ein Bild von der Lockerung am 1. September und rechts unten das Bild vom 21. September das ist gehen wir drüber drüber gut das lassen wir noch laufen Grünlandlockerung man sieht ja auch am Ende des Videos wie wir das Gerät ausheben wenn wir solche Bestände lockern die Bestand bleiben sollen das geht über einen speziellen hydraulischen Heckkuppler die Walze und das Striegel bleiben am Boden das Gerät selbst fährt aus dem Boden und es wird hinten gut geschlossen Lockerung nach der Saat hier noch das Bild man sieht die aufgrund der Rohrstabwalze die Fahrtrichtung von der Lockerung und hier die Saatrichtung und dann noch ein Bild weiter sieht man auch den Bestand noch eins weiter und dann sieht man noch eins weiter wo wir nicht gelockert haben und wo wir gelockert haben rechts und links da sind schon große Unterschiede im Bestand aber immer zuvor mit der Bodensonde nachschauen gut ich mache jetzt Schluss vielen Dank für die Aufmerksamkeit wünsche viel Erfolg Hallo ich bin ich hätte eine Frage zur Wasser Aufbereitung warum wird es gemacht und was passiert da genau das Wasser kommt aus dem Brunnen durch die Leitung steht lange unter Druck ist eigentlich nicht fertig denn fertiges Wasser kommt an die Oberfläche als Quelle und wir versuchen das Wasser dabei energetisch aufzubereiten tiefer kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht eingehen es ist die Schwingung die mitkommt mit dem Wasser aufs Feld wir fahren auch schon Versuche nur mit Wasser und da sehen wir auch Unterschiede also es ist besser nur aufbereitetes Wasser und das ist ja auch eine ganz billige und einfache Technik Hallo Andreas ich wollte fragen macht ihr was mit Kleegras und wie schaut es mit der Kompostierung aus kompostiert ihr selber wir kompostieren nichts und Kleegras haben wir teilweise in der Fruchtfolge wir versuchen das Kleegras eher grasdominant auszusehen wegen dem Kohlenstoff dort sind wir doch etwas teilweise im Hintertreffen mit Kohlenstoff Stickstoff Verhältnis unter 8 zu 1 wir geben aber auch seit zwei Jahren explizit jetzt extra Kräutermischungen dazu so wie es der Braun Josef ja schon vor 20 Jahren empfohlen hat Kleegras Kräutermischung also die Kräuter sind jetzt bei uns angekommen nach 20 Jahren zuhören ich bin der Jan auf einem Bild hat man gesehen dass du Bokashi in irgendeiner Art und Weise anwendest da wollte ich mal fragen ob du was dazu sagen kannst also wir haben schon Bokashi gemacht aber auf welchem Bild das jetzt gewesen wäre ist mir nicht bekannt es war der Mulch den wir ausgestreut haben falls du den meinst an der Oberfläche bei der Kartoffelpflanze das war auf dem Bild wo die Gründigung in Schwaden gemäht war ach so ja da haben wir genau mit dieser Gründigung haben wir Bokashi gemacht damals war die Nachfrage nach Futter nicht so groß und ich wollte es mal probieren ich mache das ganz einfach beim aufnehmen durch den Kurzschnitt Ladewagen sprühen wir EM ein dann auf dem Haufen mit Schlepper drüber eventuell wenn ich Zeit genug habe noch etwas Erde drüber und ein paar Samen damit das wächst oder ich lasse die Oberfläche die ersten 15 bis einfach eine gute Silage die wir Bokashi nennen und ein perfekter Dinger Mein Name ist Lara habt ihr schon mit Mäusen Probleme gehabt in dem Mulch bei den Kartoffeln oder wie geht ihr davor dass das nicht passiert ja das weiß ich auch nicht aber in den Kartoffeln haben wir nicht mehr nicht weniger Probleme mit Mäusen als unsere Kollegen aber momentan ist bei uns schon ziemlich ein Mausdruck allgemein auf den Flächen Dietmar Neser sagt Mäuse sind dazu da um über ihren Kot wieder die Mikrobiologie durchzustarten weil der tierische Aspekt fehlt wir dürfen ja nicht vergessen dass unser Humusboden über mehrere Jahrtausend durch Gräser und durch Auerochsen und Büffel und Bison gewachsen ist und dort braucht es einfach auch den Kot und von daher helfen also in einem gut funktionierenden System man darf ja auch nicht vergessen wie empfindlich kleine Mäuse sind und wie schnell das Bodenleben das regulieren kann also da gibt es genauso wie beim Drahtwurm der sich mehrmal in seiner Entwicklung häutet und dann sehr empfindlich ist gegen Pilze so ähnlich läuft das auch bei den Mäusen Mein Name ist Rüdiger und ich habe die Frage ob der Kompostee und die EMS zur Aussaat auf den Boden oder in den Boden gebracht werden das war aus dem Bild nicht ganz ersichtlich als Faustregel EM kommt immer in den Boden und Kompostee auf die Pflanze ab dem Jugendstadium sprich beim Getreides so ab dem 2-3-Blatt Stadium wenn die Energie des Korns aufgebraucht ist braucht die Pflanze noch einen Impuls die Junge und da helfen wir mit Kompostee und Kalzium und Bohr weiter aber wie immer gibt es auch Ausnahmen Fermente wirken auch hervorragend auf Kartoffel und auf Raps und auch die Leguminosen sind dankbar dazu wenn man es oben drauf sprüht bei Kartoffel verwenden wir sogar teilweise 50 Liter pro Hektar und das mehrmals in einer Überfahrt Ich bin Ich bin der Rolf Ich habe eine Frage bezüglich der Kartoffel in Verbindung mit der vielen organischen Masse System Immergrün und Transfer Mulch Ob du da Probleme mit Drahtwurm Rizoktonia und solchen Dingen hast Also Rizoktonia hatten wir in den 90er Jahren schon ziemlich Es war dann schon bedenklich Hat sich aber irgendwann dann verabschiedet Drahtwurm war im Jahr 2018 ein Thema bei uns aber im Durchschnitt meiner Meinung nach wesentlich weniger als bei meinen Kollegen die herkömmlich pflügen und Standort machen Also der Drahtwurm wird ja dann massiv wenn seine Gegenspieler fehlen das sind die Pilze im Boden und die fehlen dann wenn es extrem trocken wird und das Boden Leben eigentlich abstirbt Ja Mein Name ist Achim Ich würde gerne nochmal auf die Mäuse zurückkommen Ich habe eine Obstplantage und ein Riesenproblem mit Wühlmäusen Gibt es da das ist jetzt kein Ackerbauer Gibt es irgendwas was ich da zum Beispiel in den Baumstreifen die sind ja auch unbewachsen machen könnte dass man da irgendwie die Mäuse etwas zurückdenkt weil da ist das Problem also die Maus tritt nicht auf und ist irgendwann wieder weg sondern da fehlen dann die Bäume auch also die einmal aufgeräumt hat Gibt es da irgendeine Idee Ich habe keine Idee dazu aber wenn du etwas findest sag es mir Wir haben vor dem Haus eine Grünfläche die nicht wirtschaftlich genutzt wird aber viel mit Maulwurf Hügeln durchzogen ist Ja hallo ich bin der Helge und mich beschäftigt die Frage noch du hast am Anfang mit der Ökoregion Keindorf mit diesen Zertifizaten das kurz vorgestellt die Flächen werden beprobt am Anfang die werden am Schluss beprobt wie wird es weiter geführt wird es in zehn Jahren nochmal beprobt ist der Humus noch drin es gibt eine Startprobe die zahlt der Bauer dafür habe ich auch gleich ein aussagekräftiges Bodenuntersuchung dann kann man nach drei bis fünf jetzt sind es glaube ich schon sieben Jahre die zweite Probe machen das entscheidet der Bauer und wenn dann nachweislich Humus sprich organische Masse aufgebaut wurde gibt es eine Auszahlung mehr als 0,3% in fünf Jahren ist auszahlungsfähig und dann kann man mit der zweiten Probe wieder die Startprobe für die zweite Periode machen und kann nach fünf Jahren wieder wenn ich wieder dazugelegt habe gibt es wieder eine Auszahlung wenn ich nichts dazugelegt habe es kann auch sein dass ich rückzahlen muss aber wenn ich mal so weit bin dann sollte ich verinnerlicht haben dass der Boden nicht rückläufig ist wenn es auch für wenige Monate oft so ist aber insgesamt soll er ja aufbauen also man kann das System weiterführen in Schritten von drei bis sieben Jahren beproben Auszahlung beproben Auszahlung so weiter da werden jetzt momentan auch viele Projekte in Europa an das System Keindorf angelehnt unter anderem ist eine Gruppe die sich gebildet hat im Raum Rosenheim beim Christoph Fischer auch noch mal zu dem Zertifikat geht es darum jetzt speziell Humus aufzubauen oder auch Kohlenstoff also arbeiten da dann auch Landwirte mit Kohle kann das auch angewendet werden und das Zweite sind da auch konventionelle Landwirte dabei oder sind das alles Ökobauern danke für die Frage wir unterscheiden da ohnehin wenig und wenn die konventionellen es gut machen dann sind sie auch schneller als die Bios das haben wir gemerkt da geht es definitiv um Stickstoff und man muss ja nicht das volle Programm bei der Chemie fahren sondern nur eventuell mal den Dünger und und die Pestizide also die Herbizide und so weiter weglassen ist ja auch eine Möglichkeit aber ja circa die Hälfte der Betriebe glaube ich so grob sind konventionelle und die sind auch ganz gut unterwegs also da geht auch mächtig was weiter es wird es wird aber nur gemessen die organische Masse im Boden die verglüht wird also was verbrennt ist weg und dann wird wieder gemessen und was halt weniger ist organische Masse im Boden viel genauere Untersuchungen gibt es da scheinbar noch nicht aber es ist zumindest amtlich und staatlich zertifiziert ja Kohle ist ein ganz gutes danke Kohle ist sehr hilfreich allerdings Kohle sollte man nur einsetzen in Verbindung mit Wirtschaftsdingern zum Aufladen Kohle nur um Acker auszubringen ist mit Sicherheit kontraproduktiv weil die Kohle zieht die Nährstoffe an und speichert sich und das macht man in der Güllegrube im Mist und so weiter lässt das eben sich ansaugen und dann hat man einen nachhaltigen Speicher am Feld und das ist auch massiv vermindernd von Ammoniak und anderen Gasen also die Gülle bekommt einen anderen Geruch wenn ich dann vielleicht ergänzen darf es handelt sich hier um Pflanzenkohle redet ihr gerade also nicht Steinkohle Braunkohle Pflanzenkohle das was wir sonst als Holzkohle kennen danke Bestehen noch Fragen Ja hallo ich bin Dolph ich habe eine Frage über den Kompost stellen Sie die Kompost selber her oder haben Sie da gewisse Rezepturen oder wie machen Sie das genau Man kann ihn selber herstellen ist aber auch ein Aufwand und ich kaufe ihm von Gerhard Weishäupel der die Maschinen erzeugt der hat auch wirklich hervorragend Kompost dazu und das funktioniert gut und ist auch nicht wirklich teuer Da hätte ich auch selber noch eine Anschlussfrage dazu Du sagst du fügst Kalzium dazu bei dem Kompost Tee und Bohr wie ist bei dir der Bohr und Kalzium Spiegel sozusagen im Boden macht Würdest du das jetzt auch unabhängig von einem erhöhten Wert machen oder in jedem Falle Danke für die Frage Das ist eigentlich ein Paradoxum was wir machen Wir haben Kalzium übersättigte Böden und geben oben noch Kalzium drauf Ich habe es versucht zu erklären weil der Boden nach der Bodenbearbeitung das Leben sozusagen zu wenig ist und die Nachlieferung für die jungen Pflanzen über Bakterien und Pilze funktionieren Die sind aber nur in einem Minimum vorhanden und deswegen braucht die Pflanze von oben eine Hilfe Es ist aber auch immer nur ein Impuls 3 Kilogramm am Hektar ist wenig aber es hilft Habe ich jetzt die ganze Frage schon beantwortet? Ja genau Beim Bohr halt dann ähnlich Beim Bohr ist es auch so Bohr ist in unseren also wir hatten von den ersten 29 Bodenuntersuchungen auf 29 Flächen Bohr- und Schwefelmangel und da kannst du nicht mehr wirtschaften da läuft nicht viel du hast zwar einen Aufwand und wenn du wenn du den gedeckt hast dann ist es schon gut aber viel mehr läuft da nicht und deswegen bin ich so dahinter dass sich die Bauern mehr mit Mineralien im Boden beschäftigen sonst kommt man nicht vom Fleck Und die Bodenanalyse die du da verwendest ist ja die Albrecht-Analyse oder Kinsey auch bekannt geworden das heißt da geht es nicht nur um die Höhe des Wertes jeweils der Nährstoffe sondern auch deren Verhältnisse untereinander Nährstoffe beeinflussen sich gegenseitig und sollten im Ausgleich sein Wir haben noch Zeit für eine Frage Hallo ich bin der Jeremias ich hätte eine Frage zur Bodenart und zum pH-Wert und wie denn der Schwefel da drauf wirkt oder ob der Schwefel nur eine Achtung ist für den Mangel Ja die Bodenarten wir sind in einer geografischen und klimatischen Übergangslage wir haben von Sandboden mit Schiefer und Flinzgestein bis zum tiefgründigen Lehmboden mit teilweise auch Granitschotter unten drinnen eigentlich so ziemlich alles was man haben kann wir haben auf vielen Flächen Calcium-Überschuss und was war dann noch? Ja der Schwefel der Schwefel merkst du auf der Bodenuntersuchung nicht also bis jetzt nicht ich versuche mehr oder weniger jährlich kleine Mengen auszubringen so 50 bis 70 Kilo pro Hektar man weiß heute dass aus der Atmosphäre pro Hektar und Jahr 8 Kilogramm Schwefel circa nachkommen und circa 30 Kilo pro Hektar und Jahr entziehen unsere Kulturen von da ist der Schwefel auch ziemlich ins Hintertreffen geraten und die die etwas älteren Baujahr unter uns sind die wissen noch in den 80er Jahren gab es den Sauenregen dann wurde der Sprit und die Industrie entschwefelt und ab dem Jahr 2000 die Netto ist losgegangen mit Schwefelmangel Ja herzlichen Dank Franz Gerne danke Applaus